Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Formburg-Podcast. Heute geht es mal um Lottifiles, die wahrscheinlich auch viele von euch schon hier und da bei Webseiten verwendet haben. Und ich habe mir hierzu einen Gast eingeladen, wahrscheinlich schon einen Experte zumindest. Dein Background ist so ein bisschen mehr im Video- und 3D-Bereich, aber da können wir auf jeden Fall viel Know-how, glaube ich, von mitnehmen. Lorenz, ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Ja, hi zusammen. Schön, dass ich da sein kann. Und ich freue mich, bei dir vor allem im Podcast zu sein. Ich höre den echt schon sehr, sehr lange. Und ja, voll die Ehre. Danke. Tatsächlich ist es auch witzig. Ich merke manchmal immer so die Avatars, weil immer wieder schreibe ich ja auch mit den Leuten und sowas. Und deins ist halt auch immer wieder aufgepoppt in Kommentaren und auch bei Patreon und sowas. Und wenn man einfach mal so Konversationen auch hat im Chat und in den Nachrichten schreibt und so, dann freue ich mich auch einfach, die Leute einfach mal so wirklich bei solchen Themen kennenzulernen. Und das ist halt auch was, das kristallisiert sich manchmal erst so raus. Für was könnte ich denn mal jemanden einladen? Und das war echt purer Zufall eigentlich, dass das jetzt funktioniert hat oder dass das Gespräch jetzt zustande gekommen ist. Vielleicht eine kurze Background-Story. Ich habe auch, oder ich werde zum Zeitpunkt, wenn wir das hier ausstrahlen, auch schon das Projekt Raseko einmal vorgestellt haben. Dann werde ich auch nochmal zeigen, was vor Nachteile sind von 3D-Animationen. Und da werden wir uns auch dann nochmal die Animationen anschauen, über die es heute jetzt auch geht. Aber du hast im Prinzip daraufhin mich einfach angeschrieben und gesagt, hey, ich habe einfach einmal darüber auch im Patreon-Channel geschrieben oder diskutiert, wie ich das so sehe mit 3D-Animationen, was ich so für Hürden hatte. Habe das dann als Video-Animation in die Website integriert und du hast das dann mir einfach mal testweise so als Lottifile geschickt. Und dadurch kam das einfach zustande, dass wir ein bisschen über Lottifiles dann nochmal diskutiert haben und gesagt haben, lass uns doch dieses Know-how einmal in ein Video packen. Und da freue ich mich, dass wir da heute ein bisschen drauf eingehen. Kurz zu Beginn, sag uns einfach mal, wie du zu Buffalo gekommen bist, wie lange du damit schon arbeitest und warum du es auch gut findest. Vielleicht auch ein bisschen, woher du kommst. Ja, also ich bin Lorenz, Lorenz Töpfer. Bin aus dem Süden Deutschlands, also direkt in den Alpen wohne ich. Richtig schön, so kurz vor Garmisch-Partenkirchen. Und bin jetzt seit 5 Jahren Brand- und Webdesigner. Also ich mache diese Kombination, die ja der ein oder andere oder die ein oder die andere von euch bestimmt auch schon macht, ganz gerne, weil es einfach ein cooles Upselling ist beziehungsweise sich super ergänzt. Habe da über die Zeit gemerkt, dass viele Kunden, die eine neue Website brauchen, irgendwie auch oft neues Logo, neue Brand-Identity und irgendwie einen frischen Look einfach brauchen. Und genau, bin da so reingewachsen. Komme aber ursprünglich, so wie du es kurz vorher schon angekündigt hast, eigentlich aus dem Filmbereich. Habe Film- und 3D-Animation studiert. Habe dann das auch ein paar Jahre gemacht, so in einer Medienproduktionsfirma. Habe aber für mich festgestellt, dass irgendwie Webdesign mich schon irgendwie sehr begeistert. Und auch dieses Brand-Design und gerade die Kombination. Und habe mich dann, wie gesagt, selbstständig gemacht. Erstmal so nebenberuflich, 3-4 Jahre. Da habe ich dann angefangen, auch deinen Podcast zu hören, was mich auch sehr inspiriert hat, dann dazu, den großen Schritt zu gehen und mich vor 2 Jahren ungefähr komplett selbstständig zu machen. Und ja, hier bin ich. Und ja, Lottifiles habe ich auch schon viel verwendet. Es gibt aber, das werde ich euch nachher dann auch ein bisschen zeigen und auch erzählen, sehr viele Hürden, meiner Meinung nach. Also Lottie ist irgendwie ein stranges Format, gerade wenn es um Bildsequenzen geht. Also wie oft ich da schon irgendwelche falschen Exporte hatte, wo nichts drin war oder die Bildsequenz irgendwie nicht geladen wurde oder ja, solche Beispiele. Deswegen, also ich will mich jetzt auch nicht als Ober-Lottie-Guru darstellen. Ich habe einfach meine eigenen Erfahrungen damit gesammelt und will die gerne mit euch heute teilen. Genau, ich glaube, das ist so der Überblick. Danke für das Intro. Ich werde mal auch mal meinen Screen kurz teilen, weil wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass alle irgendwie Lottie-Animation schon kennen. Deswegen lass uns das mal anschauen, was das eigentlich ist. Und ich habe ja jetzt einfach mal die Seite von Lottie-Files. Es gibt wirklich eine offizielle Seite Lottie-Files, wo auch, sag ich mal, das dann herkommt. Ich glaube, das kam irgendwie aus Airbnb, kann das sein. Ich glaube, die haben das irgendwie mal ins Leben gerufen. Einfach so ein Pfeil-Format, was halt Animationen leichter ins Web bringt. Und die haben das hier unten ganz gut gezeigt, dass es im Prinzip eigentlich unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Viele von uns kennen auch GIFs zum Beispiel. Die hatten man auch früher oder auch heute. Auf manchen Plattformen ist es immer noch gut, das zu verwenden, weil es einfach als Bild erkannt wird. Und dann kann man trotzdem eine Animation irgendwo hochladen, obwohl vielleicht keine Videos erlaubt sind oder sowas. Also es ist tatsächlich auch möglich, mit PNG-Sequenzen Animationen zu machen. Das habe ich dann auch durch ChatGPT mal gelernt, aber auch selbst noch nie verwendet. GIFs tatsächlich habe ich auch schon öfters eingesetzt, aber da ist halt das Problem, dass die auch sehr schnell groß werden. Man die nicht jetzt in größerer Format irgendwie auch in die Website einbinden könnte, weil es einfach schon zu riesig wird von der Dateigröße her. Und man sieht hier, Lottie haben sie einfach auch klein dargestellt, aber hat einfach viel Animationsfähigkeiten. Und der größte wahrscheinlich ist einfach die Dateigröße, die man hier, vor allem wenn man jetzt Vektor-Animationen hat, kann man hier mit der Dateigröße, glaube ich, richtig gut punkten. Man muss sagen, was wir uns heute anschauen, konkret auch jetzt bei meinem Kundenauftrag, war es eben so, dass ich eigentlich kein, das war jetzt kein Vektor-Format. Das war halt einfach wirklich ein 3D-Modell von dem Produkt, was der Kunde verkauft. Und deswegen ist es natürlich ein bisschen eine andere Sache. Da bin ich eh gespannt. Du hast es, ich habe das noch gar nicht gesehen, du hast mal nur das File geschickt, aber ich bin mal gespannt, wie wir einfach das aus diesem Video zum Beispiel dann in das Lottie umwandeln. Und das schauen wir uns auch gleich an. Aber das einfach so ein bisschen zu diesem Lottie-Format. Es ist einfach eine Möglichkeit, Animationen auch in Webflow schnell zu ermöglichen. Und man kann hier bei Lottie-Files.com sich das mal anschauen. Da gibt es einfach, wenn man jetzt mal, ich weiß gar nicht, wo die das ja versteckt haben, aber eigentlich müssten doch hier eine Menge Lottie-Files irgendwie schon beworben werden. Ja, es gibt auf jeden Fall, man kann sich da durchklicken und da wird viele Browser-Tabs, kann man da aufmachen. Man merkt, dass es auch irgendwann ein bisschen lahmt, auch vor allem die Seite. Da bin ich nicht irgendwie weiter als 10. Seite gekommen, weil dann der Browser-Tab einfach so überlastet ist, weil so viele Sachen animiert sind. Aber es lohnt sich dann mal konkret Sachen einzugeben hier, vielleicht mal einen Account zu erstellen. Man kann dann die auch runterladen. Und man kann die dann wirklich, wie sie hier sind, frei einfach in die Website einbinden. Was ich tatsächlich öfters verwendet habe, ist auch, glaube ich, von FinSuite erstellt. Ich glaube, habe ich hier auch einen Tab geöffnet, ist Lottie-Flow. Weil was vielleicht jeder kennt, dass man halt zum Beispiel mal so auf Smartphone-Größe die Navigation sich verkleinert und man braucht mal so ein Burger-Icon oder sowas, was sich animiert. Und dann hat man einfach eins, so konkrete kleine Animationen, die man so auch in Webflow natürlich bauen könnte. Und tatsächlich mache ich sowas auch gerne mal, so Mikro-Animationen und so. Aber es geht halt auch super schnell, sich einfach hier zum Beispiel eins runterzuladen. Und das Ganze dann mit der Farbe kann man hier auch ändern, wenn man sich dann einen Account kostenlos anlegt. Dann kann man das gefärbt einfach runterladen. Aber das sind halt so Möglichkeiten, die so ein bisschen unterschiedlich sind. Bei Lottie-Files, glaube ich, da kannst du auch wirklich große Animationen sehen, die bunt sind, die irgendwie was anderes repräsentieren als nur solche kleine Mikro-Animationen. Aber das finde ich auch eine coole Seite. Packe ich beides mal auch auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Und falls dich das jetzt mal interessiert, was kommt da denn eigentlich bei raus? Das ist sozusagen der Code, der dann hinter so einem Lottie-File steckt. Also das ist ein JSON-Format. Das kann natürlich größer sein wie das jetzt hier. Sowas ist jetzt hier von so einem Burger-Icon zum Beispiel. Ist halt super klein. Es ist ein bisschen vergleichbar, finde ich, mit so einem SVG-Code. Nur eben wird dann verstanden auf der anderen Seite schon, indem Webflow wahrscheinlich irgendwie diese Lottie-Files interpretiert und für uns zugänglich oder animiert macht auf der Website. Also das ist schon so eine Art von Zusammenarbeit, was sie dann da integriert haben, Lottie-Files und Webflow, dass man halt das auch ermöglicht. Und das Coole ist halt auch in Webflow, dass wir dann mit Lottie-Animationen das sozusagen wirklich gezielt ansprechen können. Also während dem Scrollen sagen, genau bei einem bestimmten Punkt wollen wir Sachen vom Lottie-File zu 50 Prozent abgespielt haben und so weiter. Und das ermöglicht halt echt eine schöne Integration. Und das gibt es schon ziemlich lange in Webflow und mittlerweile nutzen es auch echt viele und ist eine coole Integration. Aber ja, so viel vielleicht mal einfach zum Hintergrund von Lottie-Files. Hast du da noch was hinzuzufügen? Ja, gerade diese Interactions sind natürlich super und du hast schon recht, eigentlich ist es so ein bisschen, ich glaube ein underrated Feature, so ein bisschen, also so ein bisschen unterm Radar, weil es halt schon so lange drin ist. Aber ich glaube, man kann da hier und da gerade so Burger-Icon-Animationen oder andere überall einbinden. Und es ist halt viel einfacher, als das jetzt händisch zu animieren, dann in den Interactions mit den einzelnen Vektoren und so. Finde ich persönlich einfach null Frames bis hundert Frames oder hundert Prozent. Ja, trotzdem muss man vielleicht mal ein bisschen sagen bei Lotties, wenn wir das integrieren als Animation, dann hast du sozusagen diese Sequenz schon fertig. Du kannst jetzt nicht sagen, ich baue da irgendwie noch was dran oder sowas. Dazu müsstest du, wie du es uns mal nachher zeigst, auch in After Effects quasi das wieder öffnen, das Projekt und dann wieder exportieren als Lottie-File und dann wieder hochladen in Webflow. Also das sind so Sachen, die nochmal so ein bisschen anders sind im Gegenzug zu, wenn du jetzt wirklich was in Webflow direkt bauen würdest, so ein Burger-Icon animierst, kannst du dich entscheiden, mache ich da jetzt noch einen dritten Strich dazu oder sowas. Und wenn du halt ein Lottie-File hochlädst, dann ist es wie halt so ein Code, der einfach fertig ist, der erst fertig animiert. Und man kann dann die Zeit verändern, man kann verändern, wie schnell der animiert und so. Das kann man alles selbst entscheiden. Man kann sogar auch die Farben da drinnen zum Teil eben anpassen. Aber es ist halt einfach nicht möglich, dann was hinzuzufügen. Dazu müsste man dann das Ganze öffnen in einem Programm wie After Effects, wo das ursprünglich, glaube ich, auch herkommt, wo man halt eine Erweiterung installiert, dass man das Ganze auch exportieren kann. Ich glaube, das ist das Bodymoving-Plugin oder sowas. Genau, ganz ursprünglich. Das habe ich heute, weil ich mich natürlich jetzt für den Podcast nochmal extra viel damit beschäftigt habe, festgestellt oder gehört, dass Bodymoving eigentlich so das Erste war. Dann gab es jetzt Lottie-Files und jetzt kommen so nach und nach, ich habe jetzt bei LinkedIn erst auch vor ein paar Tagen was gesehen, dass wieder ein neues Tool rausgekommen ist, die irgendwie noch mehr auf die Interaktivität setzen, wobei ich glaube, dass es bei Webflow, wenn man es in Webflow embattet, eigentlich keinen Unterschied macht, so wie ich es jetzt vor dem Video und so mir kurz angeschaut habe. Das macht dann wahrscheinlich mehr Unterschied, wenn du es bei Shopify oder anderen Tools einsetzt, wo du halt nicht diese Interactions so triggern kannst, so einfach. Ja, denke ich mal. Genau. Tatsächlich hole ich hier jetzt nochmal kurz aus, trotzdem, was die Ausgangslage war bei mir, dass man das auch so ein bisschen nachvollzieht, warum wir jetzt vielleicht oder warum ich jetzt auch bei dem Kunden wirklich dann dein Lottie-File eingesetzt habe. Und ich habe das zwar schon einzeln in dem Video nochmal detaillierter durchgegangen, aber ich möchte es gerne nochmal zeigen, dass wir uns auch nochmal jetzt im Vergleich eben 3D-Animationen anschauen, weil es ist schon, man könnte sagen, halt einfach auch nochmal so ein schöner, moderner Weg. Man hat halt einfach Möglichkeiten, neuerdings auch Spline-Files in Webflow, seit 2023 ist das möglich, mit zu integrieren. Und es ist ein bisschen ähnlich, würde ich sagen. Also es ist ein bisschen auch so wie so eine Kooperation zwischen denen. Und wir können auch in den Interactions tatsächlich dann solche Spline-3D-Elemente animieren und auch bewegen und so weiter. Also es ist sehr, sehr ähnlich von der Animation her, wie wir das auch mit den Lottie-Files machen. Wenn ich jetzt mir das 3D-Spline-File mal anschaue, ist es wirklich nur eine URL, was ich von Spline dann hier einfüge. Und dann habe ich die Möglichkeiten, diese Komponente eben während ich jetzt in dem Fall scrolle im Viewport zu animieren. Und dann sieht man auch hier unten, man kann dann auf die Objekte in dem 3D-File zugreifen. Das ist also nochmal ein Unterschied. Diese Möglichkeit haben wir zum Beispiel im Lottie-File nicht, dass man halt so unterschiedliche Ebenen im Lottie-File animieren könnten. Das wäre auch eine interessante Sache. Und dann kann ich hier wirklich in einem dreidimensionalen Raum alles bewegen und von einem zum nächsten gehen und dann sozusagen das Element drehen. Ursprünglich, als ich das Projekt gestartet hatte, war das eben so, dass ich mit dem Kunden auch gesagt habe, da gibt es was cooles Neues und 3D und wir können das jetzt in den Webflow integrieren. Und das wäre perfekt eigentlich für die Sache, weil das bei dem Kunden eben so eine, die wollten einfach so einen Wow-Effekt mit ihrem Produkt integrieren. Und wir haben das jetzt, wenn wir uns das mal anschauen auf der Live-Seite, war das tatsächlich geplant schon im ersten Viewport zu integrieren. Also dieses Element hier sollte schon ein 3D-Rasierer sein und während dem Scrollen sollte der schon fancy sich drehen und so weiter. Und das war tatsächlich etwas, wo ich halt gemerkt habe, gerade weil das Modell, wenn es zu klein ist als 3D-Modell, zu viel komprimiert wird, auch vom 3D-Designer, sieht es nicht mehr so knackig scharf aus wie dieses exportierte Bild jetzt hier. Das ist ja gerendert aus einem 3D-Programm und das hier ist jetzt tatsächlich einfach nur ein PNG oder ein transparentes, ich habe das jetzt glaube ich nochmal umgewandelt in dieses, ein anderes File-Format, aber es ist transparenter Hintergrund. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das natürlich einfach nicht im 3D-Raum, aber einfach so natürlich auch im Webflow zu animieren. Trotzdem hat der Kunde dann gesagt, okay, wir wollen da nicht irgendwie von weg, wäre doch auch cool, wenn wir dann 3D trotzdem irgendwie integrieren. Und dann habe ich das versucht, weil ich da auch Spaß dann hatte, das zum ersten Mal auszuprobieren und habe das dann eben so integriert. Es wird jetzt hier auch sehr unscharf aussehen. Ich habe nochmal ein bisschen in den Backups rumgesucht. Irgendeine Version hatte ich, die mal nicht so grisselig war hier. Aber das ist halt auch so ein guter Hinweis, dass wir halt mit 3D-Modellen wirklich auch in eine Zusammenarbeit ein Stück weit gehen müssen mit irgendwie einem 3D-Designer, der eventuell da auch in Spline mal Sachen, die Belichtung und sowas nochmal reinmacht. Hier zum Beispiel ist mir halt aufgefallen, ich konnte das jetzt hier cool drehen und man kann halt wirklich entscheiden, wo genau es sich drehen soll und wie stark und so weiter und wann das rangezoomt wird. Das sind alles Sachen, die ich halt echt cool jetzt hier erst animiere. Das 3D-Modell ist im Prinzip einfach nur schnarr, aber ich kann es jetzt halt einfach drehen. Und dann sind halt so Sachen wie jetzt hier zum Beispiel, dass es dunkel aussieht, liegt irgendwie daran, dass halt die Belichtung quasi oder dass das Objekt jetzt hinter die Belichtung so ein bisschen kommt. Und solche Sachen, da muss man sich, also habe ich gemerkt, ziemlich viel auch mehr mit 3D in Spline dann beschäftigen, um sowas halt richtig hinzubekommen oder jemanden haben, der das eben macht. Und in unserem Fall hier kam einfach dieses 3D-File, ich glaube als OBJ-File und dann habe ich das halt da einfach hochgeladen, versucht ein bisschen anzupassen. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich es nicht so geil hinbekomme, wie ich es eigentlich gerne liefern würde. Und das habe ich auch ehrlich mit dem Kunden diskutiert und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir lassen es erstmal drin. Hat mir aber auch keine Ruhe gelassen und irgendwann habe ich dann gesagt, hey, es ist vergleichbar mit dem, was wir hier jetzt zum Beispiel an Code laden für so einen 3D-File. Ich scrolle jetzt hier runter, also es ist auch fast ein MB, was Spline hier dazu lädt und wir wollten hier ja nur eine Marketing-Aktion mit einbauen. Es ist jetzt nicht so, dass es hier irgendwie darum ging, damit was zu verkaufen oder irgendwas, man kann da ja wirklich in Spline 3D ganze 3D-Räume bauen, das integrieren und sozusagen eine Website ganz anders gestalten. Aber wir hatten ja nur ein einziges Element, was im Prinzip hier ein bisschen fancy integriert wird. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, sollen wir es nicht irgendwie anders machen und habe gesagt, lass uns doch, der 3D-Designer, der kannte sich auch in Spline nicht so aus und der wollte jetzt, hat man so ein bisschen gemerkt, der wollte jetzt da nicht irgendwie das Ganze nochmal aufbauen. Und dann habe ich gesagt, lass doch einfach den 3D-Designer das einmal in 360 Grad mir als Video exportieren. Das dreht sich einfach einmal und dann integriere ich das, weil ich ja wusste, in der Mitte sollte es sich irgendwie bewegen, rechts und links kommen Texte hoch. Und dann habe ich das quasi als Video-File integriert in die Website. Das habe ich jetzt hier auch mal gemacht, wenn ich das jetzt hier in Webflow anschaue. So sah quasi das File aus, was ich dann bekommen habe vom 3D-Designer. Und das war einfach ein jetzt nicht komprimiertes Video-File, aber ich glaube, es war ein MOV-File. Das hatte also einen transparenten Hintergrund auch. Das wusste ich auch lange nicht, dass man Videos mit transparenten Hintergründen auch in Webseiten integrieren kann, was im Prinzip dann auch Sachen ermöglicht, dass ich das über den Text überlagern kann und man das gar nicht so sieht. Und jetzt siehst du, und das wollte ich mit Absicht mal zeigen, dass ich, das Video hat sich einfach nur einmal gerade abgespielt. Das ist nicht im Loop. Ich habe dann mit Chachepitie einen JavaScript-Code schreiben lassen, was während dem Scrollen jetzt dieses Video immer wieder quasi dreht. Also immer wieder von vorne abspielt und während dem Scrollen einfach weiter abspielt. Aber trotzdem habe ich eben dieses Video-Element bewegt während dem Scrollen. Siehst du hier. Also es dreht sich jetzt ja nicht. Ich zeige euch gleich, weil in der JavaScript-Code jetzt im Designer hier nicht abgespielt wird. Aber ich habe sozusagen auch ein bisschen das Video-Element hin und her bewegt. Und dadurch einen ähnlichen Effekt erreicht, wie davor wir das gesehen haben mit dem 3D-Modell. Nicht genau gleich und sicherlich können wir es ja auch nicht so stark verändern, aber ich habe trotzdem, sah es ein bisschen aus, als ob es jetzt halt ein bisschen rankommt, weil ich mit Scale das ein bisschen rangeholt habe, das Video-File. Und während dem Scrollen dreht sich das die ganze Zeit. Und nun mal als Vergleich, der Code, der hier drin ist als Video-Embed, ist wahnsinnig wenig. Das hier ist also einmal dieses Source-File, was ich halt dann woanders gehostet habe, sozusagen auf dem Server, wo auch die Domain ist von dem Kunden. Und dann habe ich hier ein JS-Embed integriert. Und das hier ist der ganze Code, der im Prinzip das On-Timeline scrollt. Ich werde das auch nochmal bei mir in die Webflow-Trickkiste packen, weil das sicherlich ein cooler Code ist, wenn man mal ein Video animieren möchte on-scroll. Und ich habe das auch so gemacht, dass man selbst entscheiden kann, wie viele Loops das macht. Ob das jetzt, wenn es in der Höhe eben 200 VH ist, kann man es auch dreimal abspielen lassen oder eben auch nur einmal. Und trotzdem ist es jetzt nicht ganz so weich, wie wenn man das eben mit den 3D-Modellen macht. Das merkt man schon, dass es ein bisschen ruckelt, wahrscheinlich über die Bildschirmaufnahme auf jeden Fall. Aber das ist auch dann der Stand, den du gesehen hast, den ich quasi geteilt habe auch in der Community, wo du dann auch gesagt hast, wahrscheinlich ich packe mir das mal und nehme mir das mal und schaue dann mal, wie ich da draußen Lottifile machen kann. Und da würde ich gerne sozusagen einmal an dich übergeben, einfach vielleicht deine Gedanken nochmal dazu. Und wie du das dann gemacht hast, das interessiert mich natürlich auch. Ja, also ich hatte, als ich die Folge dann gehört habe von dir, dachte ich mir, weil du gemeint hast mit diesem ganzen Code und dass das Video dann halt frame für frame abgespielt werden muss mit einem Custom Code, habe ich irgendwie gedacht, warum hat Jonas irgendwie nicht das einfach als Lottie eingebettet. Und dann habe ich irgendwie gedacht, komm, ich probiere es einfach mal aus, ob das überhaupt eine anständige Dateigröße wird, weil tatsächlich habe ich so oft auch in der Vergangenheit probiert, Bildsequenzen zu Lotties zu machen. Und die sind halt immer riesig geworden und habe dann einfach erstmal dein Video runtergeladen. Ich kann ja mal meinen Bildschirm teilen. Genau, also, genau, das ist das ursprüngliche Video gewesen. Beziehungsweise, ehrlicherweise war es, was ich zumindest dann auf deiner Webflow I.O. gesehen hatte und runtergeladen habe, war ein MP4 mit einem weißen Background. Das hat aber schon mal geholfen, weil natürlich der Alpha-Kanal, also die Transparenz, nochmal eine extra Information ist, die in der Datei liegt und natürlich nochmal dann die Datei größer macht. Du hattest mir dann, als ich es dir dann geschickt habe, nochmal die Original-Bildsequenz geschickt. Genau, die hatte ich dann mal eingefügt, beziehungsweise ich gehe nochmal zu der Ursprungsvariante zurück. Also, ich hatte dann das Video in After Effects eingefügt und habe dir das einfach mal exportiert als ein noch komprimierteres Video und habe das dann in Lottie, also Lottie-Files eingefügt. Ich glaube, ich muss mal meinen ganzen Bildschirm teilen, nicht nur After Effects. Das heißt, es gibt in zwei Lottie-Files, wo wir uns vorhin die Seite angeschaut haben, da kann man sich einen Account erstellen und ist das jetzt ein bezahlter Plan? Und dann kann man sowas machen oder kann das jeder machen? Weißt du das? Genau, also es kann jeder machen. Es gibt dann natürlich, wie es immer ist, bei den kostenlosen Varianten Begrenzungen. Ich glaube, man kann dann bis zu fünf Lottie-Files in seinem Account drin haben, wenn man kostenlos ist. Der bezahlte Plan kostet 20 Dollar im Monat, also schon auch nicht wenig. Obwohl man dir immer sagen muss, ich mache das so, ich habe einen Kundenauftrag, da brauche ich das, dann hole ich mir das für einen Monat. Und dann storniere ich das Ganze wieder und dann habe ich aber die Sachen konvertiert oder sowas. Also ich glaube, deswegen sind die Preise auch manchmal so hoch, weil die wissen, dass das nicht auf Dauer gebraucht wird. Genau, aber bei Lottie-Files speziell ist es so, dass es jährliche Zahlweise nur gibt, so wie ich es jetzt nochmal geschaut habe. Weil ich hatte es auch für ein Projekt gebraucht, wo es viele, ich kann das ja kurz mal zeigen, wo es viele so kleine Animationen gab, so kleine Striche und Pfeile, die sich irgendwie animieren sollen. Und die waren halt alle relativ groß ursprünglich und so, wie ich sie angeliefert bekommen habe. Und dann dachte ich mir, komm, das lohnt sich, den bezahlten Plan zu bekommen, weil es dann einfach noch zusätzlich mehr Kompressionsmöglichkeiten gibt. Vielleicht zeige ich das nochmal kurz hier bei, ja, in einem Beispiel, wenn man jetzt auf einen dieser Rasierer jetzt geht. Ich glaube, den, den ich dir geschickt hatte, war der hier. Dann kann man hier nämlich, hier rechts sieht man dann das Standard Lottie-JSON, was man halt kostenlos mit dem kostenlosen Plan exportieren kann. Hat halt 2,3 Megabyte, was relativ viel dann doch ist. Und immerhin, sage ich mal, schafft man es halt mit diesem Optimize.Lottie, das auch in Webflow funktioniert, auf 1,2 MB. Und bei, natürlich bei Vektordateien, das kann ich auch nochmal zeigen, ist es natürlich noch deutlich geringer. Jetzt hier, ich hatte mal so eine Konfetti-Animation, die ist zum Beispiel nur 2,4 Kilobyte groß statt 17. Das sind natürlich dann jetzt nicht mehr die Riesenunterschiede, aber klar, irgendwie ist es auch schön, wenn es nur 2,4 hat. Und gerade bei einer Website, wie bei dem Beispiel, was ich vorhin gemeint habe, wo lauter Pfeile und die ganze Website voller kleiner Lotties ist, lohnt es sich dann, glaube ich, schon auf die Menge gesehen, lieber ein bisschen kleiner zu werden. Und die Funktionen hier hat man halt nur, und auch diese hier, wenn man die bezahlte Version sich holt, genau. Kann ich auch kurz was einbringen, weil ich hatte eine Erfahrung gemacht, dass ich im Header-Bereich in der Navi ein Lottie-File im Logo integriert habe. Und hier ist es so, im Gegensatz zu einem Bild, wenn du jetzt da ein JPEG integrierst, zum Beispiel, und dass es auch sehr komprimiert ist, dann wird das so gehandelt oder man kann dem Browser sagen, dass er das mit der Seite laden soll. Und im Webflow haben wir nicht die Möglichkeit, wenn du da ein Lottie integrierst, auch zu sagen, dieses Lottie-File soll mit dem ganzen DOM-Aufbau oder mit dem, es ist einfach im Page, wie heißt es nochmal, im Viewport ganz oben. Und da sollten die Bild-Elemente auch für Page-Speed-Verbesserungen einfach direkt geladen werden. Und das können wir bei einem Lottie zum Beispiel gar nicht mitteilen. Und deswegen hatte ich da auch dann, jedes Mal, wenn du von einem Navi einfach auf eine andere Seite gegangen bist, hat nochmal das kurz gebraucht, bis dieses Logo in Lottie einfach aufgeblitzt ist. Und es war nur kurz, aber es ist super nervig, wenn du weißt, dass eigentlich dein Logo die ganze Zeit wie so da ist, weil es einfach gecached quasi irgendwie drin ist und vom Browser einfach geladen wird, wenn die Seite sich aufbaut. Und das ist mir zum Beispiel aufgefallen, also das ist schon nochmal ein bisschen anders, wenn du jetzt die Lottie-Files integrierst, auch wenn du jetzt gerade sagst, du hast es richtig gut komprimiert, wahrscheinlich wird es dann richtig schnell gehen. Aber da einfach auch so eine Erfahrung, die mir aufgefallen ist, wenn man jetzt damit arbeitet, viel in der Website oder sowas, dass es nochmal ein bisschen anders ist, von dem, wie man es dem Browser mitteilen kann. Ja, ich habe dann meistens, das Problem hatte ich auch schon, wenn es halt gleich oben im ersten Header ist, dass man eine kleine minimale Verzögerung und dann eine Fade-In-Animation macht, sodass es nicht so plötzlich erscheint, sondern wenigstens soft reinkommt, dann sieht es noch einigermaßen gewollt aus. Aber du konntest jetzt hier das Video auch hochladen und dann umwandeln oder wie? Genau, vielleicht zeige ich noch ein cooles Feature, was speziell bei den Vector-basierenden Animationen wie dieser hier ist. Da kannst du halt wirklich tatsächlich auch Farben anpassen, also die Background-Color. Du kannst die einzelnen, hier ist es glaube ich, genau, kannst die verschiedenen, ja, so Beispielfarben nehmen. Aber du kannst auch hier oben in einen Editor gehen, in so einen Lottie-Editor, der von denen halt auch ist, von Lottie-Files.com. Und kannst halt hier wirklich jede Farbe verändern, also in der Live-Datei. Das ist eigentlich ganz, also in der echten Lottie-Datei. Und musst halt nicht die jetzt in After Effects importieren, dort bearbeiten und wieder hierher schicken, sondern so Vector-basierende Dateien kann man hier auch einigermaßen gut bearbeiten. Man kann auch Elemente löschen, ausblenden. Man kann sie, glaube ich, aber das habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil ich eher in After Effects arbeite. Ich würde auch das Timing nochmal ein bisschen anpassen, genau, also so Basics kann man hier machen, aber ich würde jetzt hier wahrscheinlich keine fancy Animationen machen, vor allen Dingen keine Bildsequenzen, genau, weil da kann man nicht so viel bearbeiten. Genau, und zum Thema Bildsequenz kommen wir mal wieder zurück. Habe ich dann diese Datei hier importiert und zwar gibt es halt hier diesen New-Button auch, worüber man eine Animation hochladen kann. Also man kann auch eine fertige Lottie, die man sich irgendwo anders holt oder erstellt hat, hier auch reinladen. Oder was hier unten drin ist, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es auch ein Premium-Feature ist, dass man Videos hochladen kann. Und genau hier, also kannst du auch ein GIF hochladen oder ein PNG. Ein GIF würde ich eigentlich nicht machen, weil es halt stark komprimiert immer schon standardmäßig ist. Oder es ist eine riesige Datei, man kann auch nur 10 MB hochladen. Genau, und da habe ich das MP4 dann hochgeladen. Kann ich ja mal kurz zeigen, beziehungsweise, weiß ich jetzt ehrlicherweise, ach, das habe ich nicht mehr gehabt, das habe ich tatsächlich zwischenzeitlich rausgenommen. Aber rein theoretisch, wenn das jetzt die Datei gewesen wäre, kann man die jetzt hier reinziehen und dann wird die hier hochgeladen und gleich konvertiert als Lottie. Und das ist halt ganz cool im Vergleich zu, wenn man den Workflow über After Effects macht, ist es jetzt hier relativ easy peasy. Aber, was ich festgestellt habe, man kann keine Videos mit Transparenz importieren, beziehungsweise man kann sie importieren, aber die Transparenz, dieser Alpha-Kanal fällt irgendwie einfach weg und dann wird es so schwarz im Hintergrund wie jetzt hier. Habe ich es mal mit einem QuickTime ProRes 4444, also mit auch Alpha eigentlich importiert, aber es ist halt schwarz dabei rausgekommen. Und den Hintergrund kann man jetzt auch nicht hier in Lottie-Files mehr ändern oder anpassen. Hm, genau. Okay. Interessant. Eigentlich gibt es sozusagen, es gibt so zwei Richtungen. Also man kann sagen, mir ist wichtig, dass die Hintergrundfarbe transparent ist oder ich definiere eine Hintergrundfarbe. Bei deinem Beispiel ist es ja weiß und das ist auch ganz gut, wenn man sie definiert, weil dann die Dateigröße deutlich kleiner ist. Also schon, ich habe es jetzt hier mal im Vergleich, also sind da immer, liegt im Auge des Betrachters, aber mit einer festen Hintergrundfarbe habe ich jetzt bei deinem Beispiel mit diesem Rasierer ungefähr 700 Kilobyte geschafft in der optimalen Variante mit WebP. Das erkläre ich dann gleich nochmal, wie ich das gemacht habe. Und die Variante mit transparentem Background habe ich tatsächlich nicht kleiner als 2,4 MB bekommen. Also ungefähr das Dreifache, würde ich mal ungefähr sagen. Aber das hast du dann auch mit einzelnen Bildsequenzen gemacht? Also das hast du dann einzelne Bilder hochgeladen, oder? Genau, das, ja, tatsächlich. Also beziehungsweise, ich muss jetzt nochmal schauen, es gibt so viele Wege, wie man eine Lottie erstellen kann, beziehungsweise wo man komprimiert und in welcher Reihenfolge in der Kette man sozusagen die Datei komprimiert. Ich habe es mir so ein bisschen notiert und würde da wahrscheinlich jetzt einfach mal durchgehen mit euch. Einmal mit fester Hintergrundfarbe und einmal mit transparentem Hintergrund, wenn ich das so zeigen soll. Oder was meinst du? Ja, also vielleicht nochmal bei dem Video. Also wenn du das hier direkt hochlädst, hast du im Prinzip davor aber schon geschaut, dass das Video komprimiert ist. Weil je kleiner es quasi du hier auch hochlädst, desto kleiner wird wahrscheinlich auch dein Lottie. Weil Lottie-File wird, denke ich mal, aus dem Video jeden Frame auch nochmal im Hintergrund als Bild sich schnappen. und dann daraus selbst eine Bildsequenz machen, die sie dann einfach integrieren in dieses Lottie-File. Genau, dachte ich auch tatsächlich. Okay. Ist eigentlich auch logisch, aber es gab dann diesen Punkt, wo es nicht kleiner geworden ist. Also jetzt hier bei den Informationen kann man es, beziehungsweise hier bei diesen Download-Möglichkeiten sieht man es eigentlich am besten. Ich habe es nicht kleiner als 1,2 MB bekommen, auch wenn ich die Videodatei, die ich eingespeist habe, auf 500 KB bekommen habe. Die Lottie-Datei ist immer ungefähr bei 1,2 eigentlich geblieben. Also das konnte ich mir auch nicht so richtig erklären, warum das. Wahrscheinlich ist da einfach dieser Grundcode, dass es eine Lottie-Datei ist und irgendwie diese ganze Definition vom Lottie ist wahrscheinlich schon eine gewisse Größe bei so einem Video. Genau. Weißt du, wie das im Lottie-File selber aussieht? Sind es dann auch, hast du das mal im Code irgendwie gesehen, integrieren? Also man kann sich das voll schwer vorstellen, das muss ja irgendwie, ist ja wie ein gehostetes File eigentlich dann in diesem Lottie-JSON drinne. Also es müssen ja diese ganzen Bildsequenzen dort dann drinne sein. Ja, genau. Die kann man sozusagen, wenn man es über After Effects macht, kann man angeben, dass die implementiert werden in den Code. Und dann wird der natürlich auch desto größer. Also da werden dann anscheinend dann die einzelnen Pixel von jedem Bild dann reingeschrieben. Also ich habe jetzt ehrlicherweise, weil dieser Code echt kryptisch ist, was du auch vorhin gezeigt hast von den Jasons, habe ich jetzt mir nie die Zeit genommen, da jetzt ewig durch zu analysieren, weil ich finde es relativ kryptisch. Aber man sieht es auf jeden Fall an der Dateigröße, dass es ab einem gewissen Punkt, egal wie klein das Video ist, was man reingibt, nicht mehr kleiner ging. Hier zumindest über dieses Web-Tool nenne ich es jetzt mal oder über die App hier. Das habe ich dann nur noch über After Effects hinbekommen. Ja, genau. Okay, ja, dann können wir uns ja mal anschauen, kurz wie du die Bildsequenzen dann hochgeladen hast, obwohl das eigentlich dann das gleiche Ergebnis war, außer du hattest dafür einen transparenten Hintergrund. Was natürlich, finde ich, schon sehr vorteilhaft sein kann, weil es halt gerade solche Animationen jetzt, wie das Produkt, das sich dreht, wenn man das mal über einer schönen großen Typo irgendwie überlagern will und so, oder so wie Apple das immer macht, dann irgendwelche Produkte, Airpods daran zoomt und dann sich das durch die Seite scrollt, dann ist natürlich nervig, wenn du dann einen farbigen Hintergrund hast. In meinem Fall habe ich mich tatsächlich bei der Video-Integration auch dann für einen farbigen weißen Hintergrund entschieden, weil es eh der Text eigentlich lesbar sein sollte, aber es konnte ein bisschen Überschneidung stattfinden, was nicht so schlimm war. Und da habe ich gesagt, dann habe ich dadurch auch natürlich das Pfeilformat in MP4 nochmal reduziert bekommen und MP4 kann leider keinen transparenten Hintergrund. Also da musst du, wenn du jetzt das unterstützen willst, wenn du auch ein Video jetzt integrierst, wie ich das zum Beispiel auch als Beispiel gemacht habe, dann musst du für die Chrome-Browser, war das ein, wie heißt es, WebM, glaube ich, WebM? Ja, gibt es auch, genau. Ja, das war ein von Chrome, so ein Video-Format, genau. Ja, und für den Safari muss das dann ein MOV sein. Also dann hast du, da kannst du, das kannst du auch gut komprimieren und das kann ich auch nochmal zeigen, so einen Converter habe ich da benutzt, wo man das auch machen kann, das kann ich dann nachher auch nochmal zeigen. Jetzt hast du ja gerade deine Seiten offen. Aber so viel einfach nochmal zum Vergleich, wenn man jetzt transparenten Hintergrund möchte, dann wäre es jetzt für einen Lottifile der Weg, wie wir uns das jetzt anschauen. Genau, soll ich da noch kurz einhaken? Ich habe tatsächlich einen Trick gefunden, wie man aus einem MOV ein transparentes MP4 machen kann, aber das funktioniert leider nur auf Mac. Also soll ich das noch kurz den kleinen Schlenker machen oder führt das zu weit? Genau, also ich hatte jetzt hier beispielsweise ein MOV davon exportiert. Was auch interessant ist, ist, dass das MOV eigentlich, wenn man es in After Effects sieht, eine Transparenz hat, aber komischerweise im Apple Quicktime-Vorschau-Player irgendwie das nicht anzeigen kann. Aber das müsst ihr mir jetzt glauben, dass da was drin ist. Und dann kann man tatsächlich mit hier Rechtsklick, die Funktion habe ich auch durch Zufall mal gefunden und nie vorher gewusst, dass es die gibt, kann man bestimmte Video-Elemente in Apple, also sozusagen ohne zusätzliche Software, konvertieren. Das dauert dann kurz, bis das Fenster aufgeht. Das habe ich auch nicht gewusst. Und dann, ja, und nur über diesen Trick, genau, jetzt kommt es, es sieht auch echt irgendwie ein bisschen buggy aus, ist es, also irgendwie, ich weiß auch nicht, was die, aber es funktioniert auf jeden Fall, dass man jetzt hier den HEVC-Codec auswählt, dass es am Ende dann trotzdem MP4 ist, aber eine Transparenz drin hat tatsächlich. Also jetzt zum Beispiel mit Full HD und dann muss man einfach nur Continue drücken. Achso, genau, wichtig ist natürlich, die Transparency zu erhalten. Und da muss man, ich mache es jetzt mal nicht, weil dann dauert das jetzt und nicht, dass hier noch irgendwas abstürzt, aber tatsächlich kommt dann diese, wo war sie, es kam dann tatsächlich eine Datei raus, die funktioniert hat mit Transparenz, genau. Ja, gut. Ich wollte noch mal kurz zeigen, dann beende kurz deine Übertragung, weil dann kann ich das zeigen, wenn wir jetzt eh bei dem Thema sind. Ich habe nämlich hier eine Seite dann gefunden, weil ich habe ja genau das gleiche Problem gehabt. Ich brauchte ein Video oder ich habe das bekommen vom 3D-Designer mit transparentem Hintergrund in MOV, aber das war 150 MB und dann habe ich auch einen Weg suchen wollen, wie ich das jetzt halt komprimieren kann, aber trotzdem diesen transparenten Hintergrund beibehalten. Und wenn man jetzt diese ganzen Tools nicht hat, irgendwie, ich meine, du hast jetzt gerade einen coolen Trick gezeigt, aber wenn ich jetzt keinen After Effects habe oder sowas, also damit wäre das natürlich möglich, dann kann man auch, ich habe dann auch ein bisschen einfach recherchiert und so weiter, und dann kann man tatsächlich sich Rotato, einmal ist das hier eine Seite, also Rotato, ich weiß nicht, vielleicht die, die ist schon mal, ich habe das früher auch tatsächlich mal benutzt, um Elemente, also so Mockups zu animieren und sowas. Und die haben irgendwann mal eine Seite erstellt, wo du zumindest schon mal testen kannst, in deinem Browser jetzt hier, also jetzt bei mir im Chrome, ob dein Video-File-Format auch transparent ist. Und wenn ich jetzt hier eben mal eins integriere, zum Beispiel mit Transparenz, ja, das kann ich jetzt hier nicht hochladen, jetzt habe ich das hier natürlich auch gerade nicht. Oder habe ich das? Doch, habe ich. Und da kann ich jetzt dieses WebM hochladen, dann sehe ich im Hintergrund jetzt den Gradient und das heißt, das ist jetzt transparent. Und das war schon mal für mich eine ziemliche Hilfe, weil man das nie richtig erkennt, wenn man es halt irgendwie mal konvertiert hat in irgendein Format. Ich habe mir dann auch verschiedene Tools geholt, um das halt zu komprimieren. Dann wusste ich nie, hat sie jetzt noch einen transparenten Hintergrund oder nicht. Und da hat mir diese einfache Seite halt total geholfen. Plus, sie haben noch eine Seite, wo du halt Videos mit Transparenzen für alle Browser erstellen kannst. Und das ist halt genau das, was du dann eigentlich brauchst, wenn du jetzt Animationen mit Videos machen willst, nicht mit Lottifiles. Dann könntest du dir das runterladen für ein Mac und da ziehst du im Prinzip einfach dein File rein. Und die machen dann drei Versionen, glaube ich, oder zwei Versionen. Einmal dieses WebM und dann noch eins, was eben der Mac versteht. Und dann hast du hier auch den Code, wie du das integrieren kannst für Safari und für Chrome. Und dann hat man sozusagen auch die Möglichkeit über Videos, kann ja auch sein, man will einfach nur über der Typo mal ein animiertes Video haben. Das soll sich einfach nur dort abspielen im Loop oder sowas. Brauchst nicht unbedingt ein Lottifile. Also wenn du es eh nicht in Webflow irgendwie speziell nochmal animieren möchtest oder so, oder während dem Scrollen, dann ist das auch eine coole Lösung. Und du kriegst es halt auch echt klein. Das muss man schon sagen. Videos kann man schon auch ziemlich gut komprimieren. Und die zwei Sachen waren für mich auch nochmal eine tolle Sache, wo ich halt gemerkt habe, so habe ich zum Beispiel mein Video-File von dem 3D-Designer dann nochmal umgewandelt und kleiner bekommen. Und auch dann mit transparentem Hintergrund. Cool, das kannte ich jetzt auch noch nicht. Rotator, muss ich mir mal merken. Cool. Ja, dann schauen wir mal kurz. Ich mache jetzt, wie gesagt, zwei Vorschläge, wie man es machen kann. Wie gesagt, es gibt noch hunderttausend andere Wege, weil du kannst es dann anders komprimieren und anders importieren. Und also das war tatsächlich auch recht tricky, das jetzt vorzubereiten. Da habe ich relativ lange jetzt dran gesessen, um irgendwie euch was zu präsentieren, was möglichst der effizienteste Weg ist. Genau, ich muss jetzt schauen, dass ich richtig hier teile. Genau. Tatsächlich, wenn, jetzt fangen wir mal mit der Version an, mit einer festen Background-Farbe, würde ich fast sogar im Media Encoder einfach nur arbeiten, weil das deutlich simpler ist für die, die jetzt nicht mit After Effects Erfahrung haben. und am Ende kriegt man sozusagen das gleiche Video raus. Also wir machen jetzt sozusagen den Weg von Bildsequenz zu Video, weil ich festgestellt habe, dass Lottifiles.com, also die App auf der Website, viel, viel besser mit Videos arbeiten kann als mit Bildsequenzen. Da hatte ich dauernd irgendwie Bugs und Fehler. Und deswegen importiere ich jetzt hier eine Bildsequenz. Und das geht, indem ich hier links oben auf das Plus klicke und auf die Quelle hinzufügen. Hier habe ich jetzt ein paar verschiedene Varianten gehabt. Das ist jetzt sozusagen die Variante mit einem weißen Hintergrund. Den habe ich sozusagen eingefügt, ohne Transparenz, weil wir jetzt ja erstmal die ohne Transparenz machen. Und jetzt ist recht wichtig, dass man hier bei Show Options darauf achtet, dass das PNG eine ganze Sequenz letztendlich abbildet. Das ist natürlich dann vorgegeben, dass man da von 0 bis halt, je nachdem, was der letzte Frame ist, 158 durchnummeriert. Aber so kriegt man das normalerweise dann von einem 3D-Designer oder wenn man es selber aus Cinema 4D zum Beispiel exportiert. Genau, und dann öffne ich das. Und der erkennt dann automatisch, wie man auch sieht, hier eine Sequenz, eine Bildsequenz. Und schlägt mir jetzt auch vor, sozusagen die PNG-Sequenz in eine PNG-Sequenz umzuwandeln. Das machen wir jetzt aber nicht. Sondern damit wir dann gut das Ganze in einen Lottie umwandeln können, gehen wir hier auf das H.264. Also das ist letztendlich MP4. Achso, sorry. Der Media Encoder ist das, was auf dem Mac schreibt? Sorry, das habe ich vielleicht, bin ich jetzt davon ausgegangen, weil ich damit schon Jahrzehnte gefühlt arbeite. Das ist auch von Adobe, ein Standardprogramm. Das gehört auch zur Adobe Suite. Das ist dieses ME. Das ist eigentlich auch dann immer automatisch installiert, wenn man sich After Effects installiert. Man kann zwar in After Effects direkt rendern und exportieren die Videos, aber eigentlich ist der Media Encoder effizienter und irgendwie, ja, eigentlich besser, weil du viel mehr Optionen hast, eine viel bessere User Experience, weil, ja, es einfach übersichtlicher ist. Für die, die es schon mal in After Effects gemacht haben, in der Render Queue, das, also ich finde es ziemlich schrecklich. Genau. Aber jetzt hier im Media Encoder hat man echt eine gute Übersicht. Aber gut, danke, dass du es einbringst, weil ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das klar ist. Aber genau, für die, die es nicht wissen, ist ganz normal in der Adobe Cloud mit drin. Genau, und wir wählen Hartz-264 aus. Das ist sozusagen der, das Format, was dann auch ein MP4 am Ende werden kann. Das sehen wir dann auch hier als Dateinamen, was ein MP4 wird. Ganz wichtig, gerade bei sowas, was wir jetzt machen, dass man das Audio deaktiviert. Also ihr seht hier unten so eine vorgeschlagene Dateigröße. 6 MB ist es aktuell. Und wenn ich jetzt das Audio rausnehme, passiert jetzt gerade nichts vor Führeffekt. Aber ich hatte es auch schon ein paar Mal, dass es dann sich deutlich schon mal verkleinert, weil einfach kein Audio, selbst wenn es gar kein Audio gibt, wird trotzdem eine Audiospur mit exportiert. Und das ist dann unnötig viel Datenmenge. Genau. Und dann gibt es noch einen zweiten Trick, den ich euch noch empfehlen würde, dass man standardmäßig ist halt hier alles angehakt. Das heißt, es übernimmt die Quelle. Ich würde dann aber tatsächlich, weil hier ja super viel Leerraum ist, der mit gerendert wird, der aber gar nicht gebraucht wird, würde ich das deutlich schmaler machen. Ich habe es vorhin mal geschaut. Es müssten 450 Pixel sein. Jetzt sieht es erstmal komisch aus, weil das Ganze skaliert wird. Aber wir können statt Scale to Fit, können wir Scale to Fill sagen. Genau. Und dann haben wir schon mal links und rechts alles weggeschnitten. Ich gehe hier mal kurz durch. Dann sieht man auch, wenn man hier so ein bisschen die Timeline durchscrollt, dass der auch nirgendwo abgeschnitten wird. Das ist dann natürlich wichtig, dass man die Animation nicht abschneidet. Und ja, ich arbeite eigentlich ungern mit diesen krummen Werten. Ich würde jetzt mal auf 30 Frames gehen. Ich weiß nicht, was das Originalformat von dem, der das die exportiert hat, war, was der für eine Framerate hatte. Am besten ist es die gleiche. Kann ich kurz sagen, wie wichtig ist das? Also wenn du jetzt, ich meine, das hat man schon mal gehört, 30 Frames pro Sekunde, dann gibt es auch 60 Frames. Ist das jetzt besser, wenn man es in 60 anfordert? Heißt das dann, dass es nicht in dem Lottie nachher nicht so hakelig ist beim Scrollen? Oder auf was kann man das zurückführen dann? Also letztendlich ist die Animation natürlich noch smoother, wenn du, sag ich mal, eine Rotation hast und aber doppelt so viele Frames. Heißt das einfach, dass es noch zwischen denen, die wir jetzt mit 30 Frames haben, einfach noch ein Bild gibt, was dann die Bewegung noch weicher aussehen lässt. Also, aber man kann jetzt nicht einfach sagen, ich gehe jetzt hier auf 60. Das funktioniert nicht, weil wir ja ursprünglich von dem Designer oder von dem 3D-Artist, der dir das geschickt hat, höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, 30 Frames oder hier was von diesen niedrigeren haben. Also man kann es jetzt leider nicht einfach dadurch erhöhen, dass man hier auf 60 geht. Das funktioniert nicht, aber die Dateigröße wird dadurch natürlich auch deutlich größer. Also ich würde mal sagen, ungefähr doppelt so groß. Wenn du jetzt eine doppelt so große Bildmenge hast, dann hast du auch am Ende eine doppelt so große Dateigröße, auch von der Lottie dann. Darum ist es immer abzuwägen, wie, also wenn man jetzt bei dir diese Scroll-Animation hat, würde ich halt darauf achten, dass das nicht zu, die Animation, diese Drehung, nicht zu langsam passiert, also im Verhältnis zum Scrollen, weil dann siehst du jede einzelne Drehung sozusagen von jedem einzelnen Frame, jede einzelne Bewegung und dann lieber sozusagen ein bisschen öfter drehen lassen in weniger Höhe. Weißt du, wie ich meine? Ist ein bisschen schwer jetzt so zu erzählen. Ja, genau. Ich habe da tatsächlich auch keine Angaben gemacht oder sowas. Ich habe einfach gesagt, schick mir das mal in 360 Grad, exportieren wir das einfach mit, ich habe es so gar nicht mal transparent im Hintergrund gesagt, aber der hat mir das dann halt einfach geschickt und tatsächlich, aber jetzt, wo du es sagst, also 30 Frames und das sind ja dann pro Sekunde, das heißt, wenn die Animation jetzt zwei Sekunden geht, hätte ich dann 60, eigentlich 60 Bilder drinne und jedes von diesen Frames hat ... Genau, also weil es zwei Sekunden sind, weil es zwei Sekunden sind, wären es jetzt 120 Bilder, oder? Oder wie meinst du es? Wenn es jetzt zwei Sekunden geht, ach, ich dachte, das ist 30 Frames pro Sekunde, ich dachte, dann hält man halt einfach 60 Bilder. Dann hast du 60, ja, da hast du 60, genau. Sorry, ich dachte, du meinst dann mit der höheren. Okay, erzähl mal weiter. Aber auf jeden Fall, dieses Frames heißt wirklich nur wie ein Screenshot in dem Video, wie ein Screenshot von genau dieser Position, wo einfach das Produkt jetzt in dem Fall gerade ist, wenn es sich halt dreht. Also das weiß man ja auch nicht so direkt, was das Frames eigentlich ist. Ja, genau. Hier unten sind die Frames und wenn ich jetzt hier einzeln durchgehe, ich weiß nicht, wie gut es auf der Bildschirmübertragung rüberkommt, aber dann siehst du die einzelnen Bilder einfach am Ende. Und wenn du jetzt natürlich doppelt so viele für die gleiche Rotation hast, dann hast du halt hier zwischen den einzelnen noch einen Schritt und dann wird es einfach noch weicher. Aber auch größer, wie gesagt, am Ende. Und theoretisch gibt es ja den Unterschied zwischen 25 Frames und 30, beziehungsweise 29,97. Letztendlich kommt das eigentlich von PAL, also dem europäischen Fernseh, von der Fernsehnorm und halt von der amerikanischen und japanischen NTSC. Also amerikanisch ist 30 beziehungsweise 29,97, weil die eine andere Stromfrequenz haben. Und wir haben in Europa halt 25 dann als Pendant, beziehungsweise dann 50, wenn wir doppelte Framerate haben und bei den anderen halt hier diese krummen 59,49 oder 60. Und ich sage mal, im Internet ist es eigentlich egal. Das war früher halt auf dem Fernsehbildschirm unterschiedlich. Da musste man schon drauf achten. Ähm, genau. Aber prinzipiell bin ich... Aber mit den 30 Frames kriegt man wahrscheinlich von der Dateigröße her einen guten Kompromiss hin. Und mit der Weichheit auch noch, wie sich das Ding animiert, dass es dann nicht zu hakelig ist, dass es halt trotzdem noch angenehm rüberkommt. Genau, richtig. Und dann kann man noch die Maximum Death, also die Qualität einfach noch ein bisschen optimieren, einfach anhaken. Es dauert dann einfach nur ein bisschen länger zu rendern, aber das ist marginal. Hier habe ich auf PAL gerade noch gestellt. Ich weiß nicht, ich habe da... Ich habe es ja gerade gesagt, eigentlich ist es nicht mehr so relevant fürs Internet, aber irgendwie mein Bauchgefühl sagt immer PAL. Das habe ich so gelernt damals in der Uni. Und genau, das kann man hier noch auswählen. Den Rest kann man eigentlich so lassen, würde ich sagen. Und dann kommt man noch hier unten zu einem sehr wichtigen Punkt, nämlich die Kompression, also die Bitrate. Das ist sozusagen, wie viel Bit pro Sekunde werden in das Video... Also wie groß ist dann am Ende die Datei? Jetzt ist es hier relativ hochauflösend für Web gesehen. Also wenn man natürlich ein Video für YouTube, irgendwie ein 4K-Video oder einen Film oder irgendwas exportiert, braucht man natürlich deutlich mehr als das, was ich euch jetzt zeige. Das ist jetzt wirklich nur fürs Internet möglichst klein. Und ich bin tatsächlich jetzt da so ein bisschen vorhin beim Rumprobieren auf 1,5 in der Target, also das ist sozusagen das Ziel, Target Bitrate. Und die maximale habe ich so auf 2 gesetzt. Und dann sehen wir tatsächlich hier auch unten, dass sich was ändert in der Dateigröße. Also wenn ich jetzt hier nochmal ganz hoch mache auf 20, dann sind wir wirklich schon... Also das ist ja fürs Internet schon gar nicht mehr... Also zumindest für sowas, was wir jetzt gerade machen, für so eine eingebettete Animation schon nicht mehr relevant. Deswegen, wie gesagt, 1,5 bis 2. Man kann noch niedriger gehen, dann wird es halt grisseliger, dann sind ein paar mehr Artefakte drin. Das ist natürlich bei dem Video speziell mit diesem Rasierer auch tricky, weil der so viele, ja, hier so kleine Schatten hat und kleine Kanten und so. Und wenn man zu krass runtergeht, dann sieht es halt am Ende auch nicht mehr schön aus. Aber wie gesagt, das ist so, wo ich gesagt habe, das kann man noch so machen. Das sieht noch gut aus. Wenn es sich in Zukunft mehr Richtung 4K-Displays, irgendwie jeder hat nur noch 4K und so weiter, dann muss man vielleicht ein bisschen höher gehen, damit es auf großen Bildschirmen, und wenn es ein bisschen größer ist, nicht dann zu verpixelt ist oder zu, ja. Ich habe ja auch darauf geachtet, jetzt bei dem Kundenauftrag, dass das die Lottie-Animation, dass das halt auch sich in der Mitte abspielt und dass es auch vom Container begrenzt ist. Also wir haben jetzt nicht hier eine Animation, die über die volle Breite sich die ganze Zeit im Browserfenster irgendwie auch vergrößert. Und das ist halt auch wichtig bei solchen Sachen, dass man da einfach darauf achtet oder das Layout entsprechend so aufbereitet, dass es cool integriert ist, aber das soll jetzt nicht irgendwie riesig wachsen können, weil sonst wirst du es unscharf haben und dann sieht es natürlich auch nicht mehr sexy aus. Ja, voll. Ja, hier kann man auch nochmal die maximale Render-Qualität aktivieren. Das dauert einfach auch nur ein bisschen länger. Und dann würde ich hier auf OK gehen. Man kann auch die maximale Dateigröße, das ist ein neues Feature, das habe ich auch vorhin erst entdeckt, das gab es früher noch nicht. Also man kann es auch sozusagen limitieren, die Dateigröße habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil dann hatte ich ein bisschen Sorge, dass es auch zu krass komprimiert wird und dann nicht mehr schön aussieht. Genau, dann geht man auf OK und dann letztendlich hat man hier so eine Exportliste mit verschiedenen, also jetzt haben wir nur ein Element drin, aber man kann hier theoretisch das noch duplizieren und noch als MOV oder sonst was exportieren. Also dieser Media Encoder ist schon ganz cool. Kennst du deine kostenlose Variante dazu? Weißt du da was? Ich meine, was du hier im Grunde genommen machst, ist ja nur ein Video, ein bestehendes Video in ein anderes umzuwandeln. Ja, eine Bildsequenz, genau, in dem Fall jetzt, genau. Oder ein Video kann man natürlich auch konvertieren. Ja, ich habe, oder bei mir, wenn ich jetzt, ich habe nämlich jetzt ja, bei Adobe kostet ja auch was, also wenn ich jetzt zum Videos komprimiere, ich weiß nicht, hast du schon mal was von Handbreak gehört? Ja, ja, das war, stimmt, das war in der Uni früher so, das Pendant, ja, ist halt nicht ganz so schön vom User Interface, also damals, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, genau. Aber vielleicht erst mal auf dem gleichen Stand sind für alle, die jetzt noch mal, jetzt gerade nicht das haben. Soll ich das noch mal kurz zeigen? Ich habe das zwar eigentlich nicht vorbereitet, aber ich kann das natürlich einfach mal kurz zeigen, wie ich das normalerweise mache, wenn ich jetzt so ein Pfeil habe, weil wir haben ja jetzt hier auch, teile ich am besten einfach mal meinen gesamten Bildschirm auch. Wenn ich jetzt hier so ein Bild, so ein Video bekommen habe vom 3D-Designer, in meinem Fall war das ja wirklich hier ein Original, 150, nee, 130 MB, das ist MOV. Das hat einen transparenten Hintergrund. Und was ich halt zum Beispiel nicht hinbekommen habe, ist mit diesem Handbreak, also es ist auch kostenlos, das kann man sich, das ist halt hier so ein Symbol, weiß auch nicht warum, kann man sich kostenlos aber runterladen. Und wenn ich das jetzt hier reinziehe, dann macht der Leiter den transparenten Hintergrund weg, was aber jetzt in dem Fall nicht so schlimm wäre, aber du hast eh gesagt, dass für die Lottifiles eigentlich mit Hintergrund besser wäre, noch mal für die Dateigröße. Wenn ich das jetzt hier integriere, dann kann ich hier einfach ganz simpel eigentlich wählen, jetzt hier zum Beispiel 2K, also man kann das auch, wenn man sich auskennt, hier wahrscheinlich mehr reingehen, wie das, was du jetzt gerade gezeigt hast. Das Audio ist jetzt hier eh nicht drinnen in dem Fall, aber man kann sozusagen ziemlich einfach in MP4 jetzt in dem Fall zum Beispiel rüber umwandeln. Und bei mir macht er das jetzt hier auf dem Schreibtisch, ich klicke auf Start und der macht das jetzt hier eigentlich auch dann immer ziemlich zügig bei den Sachen. Und dann können wir jetzt gleich mal vergleichen, dass im Prinzip, ich finde, das fällt oft gar nicht auf. Also ich habe das jetzt in MOV bekommen und wir haben jetzt hier die 130 MB, was wir natürlich als Lottie überhaupt nicht verwenden könnten. Aber jetzt habe ich hier ein 473 KB-File, was trotzdem noch eigentlich 2,5 K ist. 2,5, doch, 2,5 K. Also es ist immer noch eigentlich gleich groß fast. Man sieht ein bisschen mehr auch diese Artefakte, was du gesagt hast, finde ich, dass es so ein bisschen grisseliger ist. Aber ich hätte jetzt ein Pfeil, was ich eigentlich so gut in Lottie-Files auch hochladen könnte, dass er mir ein Lottie draus macht, oder? Ja, genau. Ja, okay. Nur, dass man nochmal vielleicht eine Alternative hat. Ja, das ist ganz gut. Ich habe das schon seit Jahren, weil ich voll oft irgendwie für Social Media oder irgendwo musst du mal was komprimieren oder so. Ich ziehe das da rein und wähle oft halt einfach nur dieses Web aus und dann meistens dieses 2,5 K. Man kann auch Full HD einfach nur wählen, aber dann habe ich einfach gute Erfahrungen gemacht, dass man da halt, dass er es irgendwie komprimiert und die Animationen, die ich irgendwie teile oder Bildschirmaufnahmen sehen jetzt nicht irgendwie total schlecht aus. Und das ist, glaube ich, ja immer das Wichtige. Das stimmt. Aber wie gesagt, ich kann auch Media Encoder sehr empfehlen. Man muss sich halt ein bisschen reinarbeiten, aber eigentlich echt easy. Voll cool auch, dass man da so die Bilder, also schon sieht, wie das Ergebnis dann, wie weit kann man es komprimieren und dann kann man es halt gleich auch anschauen. Und hier in meinem Fall wäre das immer so ein, wenn man es jetzt mit Handbrake macht, dann ziehst du nochmal ein anderes Pfeil rein, exportierst es wieder, machst eine andere Einstellung. Es dauert halt immer ewig. Hier ist es natürlich ein bisschen cooler. Das ist schon ganz cool hier. Das stimmt, dass man einfach die ganzen Einstellungsmöglichkeiten hier hat. Es gibt aber hier auch, also das sieht jetzt ein bisschen, auf den ersten Blick sah es ein bisschen wahrscheinlich erschreckend aus, was man hier alles einstellen kann. Aber es gibt auch Standard-Presets, gerade hier auch Facebook und was weiß ich, YouTube, Twitter, Vimeo. Also man kann schon auch mit Presets arbeiten, wenn man sich da jetzt noch nicht weit genug reingelesen hat, was ich jetzt hier auswählen soll. Genau, also da keine Angst haben. Aber du hast ja jetzt die Bildsequenz hochgeladen, aber es sah jetzt in der Vorschau immer aus, als ob es einen Hintergrund hat. Genau, aber ich habe ja, das hatte ich vorhin gemeint, wir machen jetzt ja am Anfang erstmal die Variante mit einem eingebetteten Hintergrund, also mit einem weißen jetzt in dem Fall bei deinem Beispiel. Deswegen sieht es so aus, sonst wäre der jetzt, wenn er transparent ist, schwarz. Da weiß ich auch nicht, warum Adobe da nicht auch dieses Transparency Grid, so wie in den anderen Tools irgendwie einblendet. Aber genau, weil ich ja festgestellt habe, dass es mit, ah, da kommen wir später zu. Genau, wir machen jetzt erstmal die Variante und wenn man das dann alles eingestellt hat, kann man hier oben auf dieses Play-Icon drücken und dann, oder auf diesen Button, und dann rendert das einmal durch. Ich kann es eigentlich mal machen, weil eigentlich geht es recht schnell. Genau, dann siehst du auch hier unten die Vorschau, wie es sich durch jeden Frame durchgeht. Hier nochmal die Zusammenfassung, welche Dateiformate und so weiter. Und wenn dann die Datei durch ist, kann man da draufklicken sogar, das ist auch ganz praktisch. Und dann wird man direkt im Finder normalerweise, genau, wird man dann da hingeschickt. Und das ist jetzt ein MP4, das ziehe ich aber mal in einen anderen Ordner. Da hätte man natürlich, man hätte den Exportort noch angeben können, das habe ich jetzt vergessen, ehrlich gesagt. Genau, und dann hat man das hier drin und kann das dann hier anschauen. Und das Ganze würde ich jetzt sozusagen als letzten Schritt, um jetzt endlich zur Lottie-Datei zu kommen, würde ich das Ganze dann halt hier über New dann hochladen, wie ich es vorhin schon mal kurz gezeigt habe. Dann hier unten wichtig, weil wenn man es hier reinzieht, kommt einfach, es geht nicht, weil hier kann man nur JSON oder .lotti hochziehen, hier unten auf Convert. Dann nehme ich die Datei und ziehe die per Drag & Drop einfach mal rein. Dann sieht man hier rechts unten, es läuft. Ich wollte jetzt noch mal schauen, wie groß ist sie geworden? 1 MB, also ist auch auf jeden Fall gut. Mal schauen, wie ich die Qualität so, gucke ich dann noch mal in dem Video meistens an. Ist, glaube ich, auch okay. Ja, das sieht ziemlich gut aus, sogar ehrlich gesagt, finde ich. Genau, und jetzt schauen wir mal, was bei rauskommt. Dauert noch einen Moment. Aber eigentlich war es, glaube ich, die Variante hier. Die habe ich ja schon mal heute so gemacht. Und da kam dann, ja, sogar weniger als 700 Kilobyte, also 639, wenn man es hier mit diesem Pro-Feature macht. Wenn man es mit dem kostenlosen, dann kommt man immerhin auf 900 Kilobyte. Also wenn du magst, kann ich dir die Datei dann auch noch mal im Nachgang schicken, weil die, die ich dir damals schnell mal gemacht habe, die war, glaube ich, bei 1 MB ungefähr. Dann gewinnst du da auch noch mal. Jetzt gerade durch diese neue Site-Usage gewinnst du dann, oder der Kunde besser gesagt, dann auch noch mal fast die Hälfte, mehr an Usern, die die Seite laden können, ohne dass man die Bandwidth erhöhen muss. Genau. Ja, das war jetzt die Variante mit weißem Hintergrund. Und jetzt wird es, sage ich mal, etwas komplizierter, wenn man mit der Transparency-Variante, falls man doch über Text drüber gehen will, mit der Lottie-Animation, also mit speziell einer Bildsequenz-Lottie-Animation. Und da habe ich hier die, also After Effects jetzt die Basics zu erklären, springt den Rahmen, glaube ich. Ich glaube, ich mache es jetzt einfach mal, gehe so ein bisschen davon aus, so dass die Basics da sind. Hier haben wir verschiedene Ebenen. Und hier habe ich einfach die, die Rasierer-Animation mit Transparenz, man sieht es ja hier, mit diesem transparenten Grid eingefügt und auch die Breite einfach nochmal beschnitten, dass wir wirklich nur den Bereich exportieren, den wir brauchen, damit, wie gesagt, nicht unnötig viel Datenmüll entsteht. Und was jetzt tricky ist, das musste ich tatsächlich mir auch erst so ein bisschen zusammencheaten. Ich habe es probiert mit PNG, mit AWEV, mit diesem neuen Format habe ich es auch probiert. AWEV hat er ohne Transparenz leider nur in After Effects speziell importiert. Das hat er irgendwie nicht gecheckt. PNG war riesig dann immer, die exportierte Datei, die man am Ende rauskriegt. Also viel zu groß, irgendwie 25 MB fand ich dann persönlich nicht so gut. Und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich es nochmal mit WebP und WebP wollte er nicht als Bildsequenz importieren. Also wenn ich jetzt hier, hier links sind meine ganzen Dateien, die ich so habe. Ich mache mal ein bisschen zu. Und dann kann ich hier über Rechtsklick importieren, eine Datei importieren. Und da importiert man dann sozusagen die Bildsequenz. Eine PNG-Sequenz ist gar kein Problem, die wählt man aus. Hier automatisch erkennter und man drückt Open und dann wird automatisch von 0 bis 158 Frames alles importiert. Aber bei WebP, weil es wahrscheinlich halt kein typisches Format für After Effects ist, weil After Effects ja eigentlich für Film, Animationen und eher, wenn man das Video als Video exportiert gedacht ist, sieht man sofort, wo stand es vorhin, Sequence not available. Da dachte ich so, na super, wie mache ich es sonst? Dann gibt es natürlich einen Trick und zwar kann man die Bilder einzeln importieren. Das habe ich dann gemacht. Also das heißt, man kann hier einfach dann rechtsklick, import, so wie wir es eben gemacht haben und dann alle Dateien aus, also alle Bilddateien auswählen, alle WebP-Dateien und dann hat man die halt hier so drin und theoretisch, sage ich mal, der blöde Weg wäre jetzt, jedes einzeln reinzuziehen und auf einen Frame und aneinander zu rein. Das sieht dann am Ende so aus, aber man will ja auch schnell, also so, dann siehst du, das ist immer ein Frame, ein Frame, ein Frame, ein Frame und dann ist es am Ende, ist es die Animation, aber es wäre halt super mühsam. Dann gibt es halt in After Effects die Möglichkeit, dass man alle Frames, ich muss das kurz mal umbenennen, damit es nicht da mit drin ist, irgendwie das ganz unten ist, so, genau, alle Frames markieren, dann gehen wir, genau, alle auswählen und dann ziehen wir die auf dieses Symbol, was letztendlich eine neue Komposition erstellt, also sozusagen ein neues von dem, was wir hier unten haben, diese Komposition und das lässt man es dann los und dann fragt er einen, man will diese ganzen Bilder importieren in diese Sequenz oder in diese Komposition und wie lang soll jedes Standbild sein, ich weiß gar nicht, was standardmäßig ist, vielleicht ist sogar ein Frame dann Standard, aber man muss hier auf jeden Fall einen Frame einstellen und dann, ja, Base 30, also 30 Frames per Second haben wir jetzt als Basis und dann einfach der Rest einfach so lassen und dann OK drücken, jetzt nicht, weil ich habe es ja schon gemacht, und dann, genau, dann kommt genau das hier raus, diese schöne Treppe, die dann wirklich alle, wenn man durchscrollt, alle Frames aneinander reiht, ohne dass man es mühselig selber machen muss, das ist schon mal cool und diese, ja. Aber das ist jetzt ja auch der Weg, wenn du die, also wenn du jetzt vom 3D-Designer einfach nur eine Bildsequenz bekommen hättest, es könnte ja auch sein, der 3D-Designer, oder man kann sagen, schick uns bitte jetzt dieses, exportiere uns ein Video mit transparentem Hintergrund, dann könntest du auch direkt im Media Encoder das transparente Video, das Video-File mit transparentem Hintergrund reinladen und dort dann das einstellen, was wir gerade gemacht haben, oder musst du immer über A-Fact gehen nochmal? Genau, man muss bei Transparenz, zumindest meine Erfahrung, weil die ganzen Plugins von Lottifiles.com oder auch die Web-App, alle irgendwie mit transparenten Videos nichts anfangen konnten, muss man, wenn man einen transparenten Hintergrund will, mit einer Bildsequenz anfangen, sozusagen so, und die dann, jetzt kommt nämlich das Spannende, sozusagen in After Effects gibt es auch ein Plugin, was halt von, das hier oben dann, bei Window oder Fenster, je nachdem, Extensions und dann Lottifiles, gibt es sozusagen von Lottifiles auch ein Plugin, das ist glaube ich kostenlos, bloß halt, wenn man, wie gesagt, diese ganzen Premium-Features will, dann muss man halt diesen Plan aktivieren und jetzt müsste eigentlich gleich was kommen. Okay, das ist echt tricky. Man kann halt dieses, stimmt, das transparente Video kannst du halt in Lottifiles nicht hochladen, das ist ja das Problem, weshalb du jetzt in After Effects im Prinzip gleich eine Lottifile exportierst. Genau, richtig, richtig und man hätte halt vom 3D-Artist eine PNG-Datei, so wie du es vielleicht auch hattest, bekommen können. Eine Web-P, glaube ich, exportieren die eher selten, also ich habe ja selber auch 3D-Animationen gemacht und normalerweise für die Qualität exportiert man eigentlich PNG oder TIFF oder so, aber ein Web-P habe ich dann konvertiert mit so einem Batch-Importer im Internet, kostenlos auch jetzt mal schnell auf die Schnelle. Jetzt willst du bestimmen. Ja, genau. Was hast du da benutzt, das habe ich nämlich auch erst mal gesucht. Gute Frage, habe ich einfach gegoogelt, muss ich mal kurz. Ja, aber da kommt immer so viel Quatsch, dass ich irgendwie gedacht habe, oh nee. Ja, der war tatsächlich, ich weiß nicht, ob jetzt, wenn ich noch mehr konvertiert hätte, das waren ja immerhin 158 auf einmal, da hat er nichts gemeckert, kein Pricing und so. Kann sein, dass er dann irgendwann, weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht lang getestet, aber hier kannst du einfach bei pickflow.com, convert. Okay, schreibe ich mal auf. Dann kannst du hier oben einstellen, welches du von wo nach wo, von welchem Format, in welches Format. Da gibt es echt viele, sehe ich gerade. Ich bin halt über Google da direkt drauf gelandet dann. Ist ganz cool und geht auch super schnell. Also einfach reinziehen per Drag & Drop die Build Sequenz und dann muss man einfach nur auf Konvertieren drücken und dann auf Downloaden und dann bekommt man so eine Build Sequenz, die hier eine WebP und dann hast du auch die Transparenz halt noch drin. Das erkennt man jetzt so ein bisschen, wenn ich es hier über das Orangene ziehe, sieht man hier so ein bisschen den Schimmer durch. Genau. Also das ist echt cool. Dafür, dass es kostenlos so schnell ging, kann ich nur empfehlen. Genau. Und wenn wir das jetzt alles gemacht haben, warum ich diesen komplizierten Weg gemacht habe, hier mit dieser Bild Sequenz einzeln zu importieren, statt die halt so als native Bild Sequenz wie eine JPEG oder PNG, das ging ja nicht mit WebP, darum muss man dann das letztendlich, was ich jetzt gerade hier erstellt habe, diese Komposition optimiert, Alpha, jetzt habe ich es Z gerade genannt, damit es ganz unten ist, die muss man dann letztendlich in die Komposition ziehen, die man exportieren will, letztendlich. Und bei den PNG sieht es halt so aus, das ist ein anderes Icon, das steht halt für so eine native importierte Bild Sequenz, so wie ich es gezeigt habe, wo es dann auch als Möglichkeit angehakt ist. Und bei WebP ging es ja nicht, deswegen habe ich es jetzt über den Umweg gemacht, aber es hat dann am Ende funktioniert. Und genau, die habe ich jetzt hier WebP hinten genannt und gehe dann auf Bodymoven, äh, nicht Bodymoven, Entschuldigung, Lottifiles. Bodymoven habe ich auch ausprobiert, das ist so ein bisschen das ursprüngliche Tool und es ist halt auch so ein bisschen veraltet vom Look and Feel und es funktioniert auch, glaube ich, das ist halt dann so ein einmaliges Pricing, aber wenn ich das jetzt auch noch alles erzählen würde, glaube ich, würde das den Rahmen sprengen. Da gibt es auch so ein paar Vergleichsvideos bei YouTube, kann man sich mal anschauen. Und normalerweise, jetzt sehen wir gerade gar nichts, ich mache es nochmal zu, normalerweise müsste jetzt das Interface kommen von Lottifiles und da kann man dann, das hatten wir ja vorhin kurz schon gesehen, ähm, da kann man dann die einzelnen, sieht man die Kompositionen wieder und hier, das ist jetzt diese hier, ähm, Bildsequenz optimiert, WebP und, ähm, dann ist es noch wichtig, ähm, standardmäßig ist es, glaube ich, aktiviert, aber man geht mal lieber nochmal auf das, ähm, Zahnrad und geht hier bei der Einstellung Assets, da sieht man schon, dass die Bilddateien gemeint sind, äh, dass die Assets im JSON inkludiert werden, das ist das, was du auch vorhin meintest, dass die in den Code reingeschrieben werden, genau, und da steht auch, die rasterisierten Bilder werden ins JSON importiert oder eingefügt, das ist wichtig, dass es ausgewählt ist, weil sonst funktioniert jetzt, äh, der Weg natürlich nicht, auf Save und dann, äh, geht man einfach nur hier entweder auf dieses Symbol, dann wird nur diese Zeile, also diese Komposition exportiert oder man hakt es an und geht dann hier drauf oder hakt mehrere an, je nachdem, äh, ich mach's nicht, also jetzt, weil das tatsächlich, äh, wie lange hat's gedauert, zehn Minuten ungefähr, weil der wirklich jeden von diesen 158 Frames relativ lange, also einzeln durchrendert, also da muss man schon ein bisschen Geduld mitbringen, das ist dann immer blöd, wenn man so ein bisschen, wie ich jetzt heute ausprobiert hab, den besten Weg zu finden und dann dauert's erstmal zehn Minuten und dann kannst du nichts machen in der Zeit so richtig, genau, aber, genau, das wird dann exportiert und sieht dann, ähm, äh, sieht dann so aus, dass wir, machen die das jetzt auch direkt in das neue .lotti-File oder muss man das auch noch machen? Genau, achso, vielleicht, dann mach ich mal ein anderes Beispiel, was einfach schnell geht, ähm, warte mal, das, äh, das Beispiel hier, achso, nein, ähm, halt, jetzt hab ich die doch noch drin gehabt, so, cancel, das ist jetzt Vorführeffekt, genau, das ist jetzt nur so eine, das ist tatsächlich eine 2D-Animation, steht jetzt zwar ein Issue, aber dann siehst du auch sofort, das ist ganz cool bei, ähm, ähm, Lotti-Files, bei dem Plugin, siehst sofort die Animation, die läuft jetzt im Loop so durch, du siehst auch die, wo sie unterstützt wird und irgendwie wie nicht oder wo nicht, genau, kannst auch den Render Graph sehen und den Hintergrund ändern und so und dann ist letztendlich, dass du es zum Workspace speicherst, also das ist dann, ich gehe nochmal in Chrome, das ist dann letztendlich das hier, also meine Ordnerstruktur, die jetzt nicht so ausgereift ist, weil ich das nur ab und zu nutze, aber genau, man kann jetzt hier Save to Workspace und dann fragt er mich halt, in welchen, von meinem Lotti-Files Workspace, wohin ich es speichern möchte, ähm, genau, und dann sage ich Save und dann landet das so, dann landet das so hier drin, ist jetzt auch gerade noch nicht sortiert, und ist dann, man sieht es ja im Dateinamen, diese Datei und da war ich dann schon ein bisschen enttäuscht, dass es doch nicht so klein ist, aber immerhin 2,4 MB war es vorhin zumindest, als ich es mir zuletzt angeschaut habe, wundert mich jetzt, dass er da, also, ja, genau. Und meinst du, dass man nicht ein besseres Ergebnis noch hinkriegen würde, wenn wir jetzt schon ein Video mit transparentem Hintergrund in After Effects hochladen, also nicht mit Bildsequenz? Ähm, warte mal, ja, ich hatte ja wirklich alle Wege ausprobiert, jetzt muss ich mich nochmal zurück entsinnen. Du meinst, dass man ein Video mit Transparenz importiert und dann in, ach genau, da war nämlich das Problem, dass dieses Lottifiles, diese Extension, irgendwie meine Videos, zumindest die, die ich ausprobiert habe, mit MOV und diesem H, E, V, C nicht genommen hat, da war dann einfach leer, also der Frame einfach leer. Ja, gut. Also, da dachte ich auch, das war ja mein erster Versuch eigentlich, ich wollte eigentlich gar keine Bildsequenz machen, weil es ja schon nochmal eine zusätzliche Umweg einfach ist. Genau, also, das ist so meine Erfahrung, vielleicht ist es auch nur ein Bug, ich habe auch festgestellt, vielleicht Tipp an euch, wenn ihr es ausprobiert und irgendwas nicht funktioniert, einfach mal After Effects schließen, nochmal neu öffnen, dann, manchmal geht es dann doch irgendwie, weil sich der, dieses Lottifiles Plugin aufgehängt hat, auch das Bodymoven hat sich bei mir auch schon aufgehängt, also irgendwie, das ist das, was ich meinte, diese Lottifiles sind zwar eigentlich, scheinen recht übersichtlich so zu sein, von der Funktionalität und so, aber der Weg dorthin und auch die Fallstricke sind irgendwie, zumindest in meiner Erfahrung, immer wieder da, dass irgendwas nicht funktioniert oder abstürzt oder, ja, genau. Ja, aber sie scheinen ja schon einen Schritt in die Richtung gemacht zu haben, dass es uns ein bisschen vereinfachen, dass man es jetzt halt direkt von After Effects zu Lottifiles exportieren kann und dort kannst du es ja dann runterladen als Chasen und dann in Webflow wieder in die Assets reinladen und dann kann man es auch integrieren in die Website als Animation. Aber es wundert mich halt so ein bisschen, bei Lottifiles kann man es auf die Website, kann man Videos hochladen, aber hier kann man es irgendwie nicht übertragen, wäre es auch komisch. Beziehungsweise ist auch das Dateimaximum dann relativ schnell erreicht mit diesen 10 MB beziehungsweise irgendwie ging auch mal 25, äh ne 20 ging dann bei einer Datei, aber meine exportierte, transparente Videodatei war 25, ich habe es dann nicht kleiner bekommen, also irgendwie ist das echt ein ganz schönes, ja, irgendwie rumprobieren, aber mein bester Weg war jetzt, oder die zwei Wege waren jetzt die, die ich euch gezeigt habe mit dem WebP, ist relativ kompliziert, gebe ich zu, ist aber wahrscheinlich auch nicht so oft, dass man es transparent dann braucht, weiß ich nicht. Und die andere ist echt cool, finde ich mit 600 irgendwas, paar zerquetschte Kilobyte, kann man sich schon sehen lassen, finde ich. Ja. Ja, klar, und das ist ja jetzt wirklich, das sind ja Bilder, also das muss man halt schon nochmal unterscheiden, wenn du es jetzt wirklich direkt in After Effects irgendwas animierst, Vektoren oder sowas, oder ja, da hast du natürlich noch kleinere Dateigrößen, aber das ist schon, was muss man ein bisschen drauf achten, je nachdem, wir haben uns jetzt bei dem Auftrag auch entschieden, das nicht im ersten Viewport zu machen, weiter unten, da hat es auch Zeit ein bisschen zu laden, bis man da hinkommt, und dann ist es okay, dann mal einen B zu laden oder auch mal zwei oder so, das kann man schon machen, wenn es ein wichtiger Bestandteil ist, aber man muss halt immer im Balance sein und bei dem Kunde ist, wusste ich, da geht es halt um Konkurrenz, da sind auch Leute, andere Wettbewerber, die natürlich auch Rassierer verkaufen, die Seite lädt schneller, dann wirst du besser gerankt eventuell und so. Wir wissen die ganzen Geheimnisse im Hintergrund nicht 100% bei Google, aber solche Sachen natürlich, wenn es auf Smartphone lange lädt oder so, dann wird Google auch den Frust von Leuten erkennen, dass die abbrechen oder so und deswegen die Seite nicht mehr so gut oder oft anzeigen in bestimmten Ländern und gerade wenn du weltweit agierst, es sind schon echt viele Feinheiten, wo man dann da auch um die Kilobyte optimiert, das klingt manchmal Wahnsinn, aber es ist doch auch manchmal sinnig und es waren auf jeden Fall ein paar echt coole Schritte, ich meine. Schon komplex, ne? Ich glaube jetzt am Ende klingt oder sieht ein bisschen alles kompliziert aus, aber man kann im Prinzip wirklich bei Lottifiles sich auch einen Account anlegen, einfach das Video da hochladen und davor komprimieren mit einem kostenlosen Tool oder sowas, dann kann man es auch mit Hintergrundfarbe, dann geht es, aber wenn du jetzt halt wirklich die Hintergrundfarbe raushaben willst, ich glaube dann ist es sowieso gut, ob du vielleicht einfach den 3D-Designer dann fragst, kannst du das direkt in After Effects vielleicht uns irgendwie mit dem Lottifiles oder Bodymoving Plugin als Lottifile geben, was ich auch nochmal zeigen kann, das hatte ich jetzt hier vergessen, ich wollte das eigentlich auch nochmal teilen, welchen Bildschirm war es jetzt? Ich glaube der hier, dass Lottifiles auch ein, hier, ein Converter auch, der ist ein bisschen schwer zu finden, aber wenn man mal Lotti to dot Lotti Converter googelt, kommt man auf diese Seite hier und da kann man tatsächlich das auch, ich weiß nicht, ob es nämlich zum bezahlten Plan dazugehört, kann man trotzdem eben Lotti-Files einfach komprimieren. Ich habe nämlich zum Beispiel auch von meinem 3D-Designer mein Logo in 1,1 MB Lotti-File bekommen, hat er eben dann mir auch mit zum Erweiterung gemacht und habe das jetzt auch dann hier auf die 192 KD bekommen. Und da, es ist im Prinzip die gleiche Funktion, die du, glaube ich, in deinem Dashboard halt hast. Das hier kann man dann einfach runterladen und auch in Webflow hochladen. Also wenn man noch dieses alte Lotti-Chasen hat, dann, und man sieht auch, dass es manchmal echt nochmal versucht, hier wahrscheinlich diesen bezahlten Plan irgendwie anzudrehen, aber der ist gar nicht so attraktiv, weil es einfach gleich ist. Also wahrscheinlich werden sie da noch ein bisschen züfteln, aber man kann es jetzt hier runterladen, in Webflow hochladen und du bist auch, dass man, vor allem viele, viele Files, die man hier findet, bei Lotti-Files und mal hier durchsucht mit Animationen. Also da sind so viele, die halt noch dieses alte File-Format haben. Also hochladen hier und einmal komprimieren würde ich die auf jeden Fall dann. Und dann hat man dieses neue Format, was echt in Webflow auch dann sehr gut zum Animieren ist. Cool. Wenn ich nochmal kurz zu dem, mir fällt gerade noch was ein. Also zu diesem Punkt mit dem im Viewport, wenn man da mit einem 3D-File arbeitet. Ich hatte nämlich, als dieses Spline-Feature neu rauskam, hatte ich auch mit meiner, auf meiner eigenen Website, die ich dann neu gemacht habe. In der Zeit habe ich dann auch so eine ganz nette 3D-Animation mit einem MacBook oben gemacht, wo dann irgendwie eine Interaction ist, wenn man über einen Button da im Header hovert, dass sich das Bild im Dings ändert und so und die Kamera oben angeht. Also das war so ein bisschen ein buchenden Call mit mir. Man hovert auf den Button und dann ging oben das kleine grüne Licht an. Das war ein cooles, fand ich voll witzig. Habe es dann aber doch schweren Herzens wieder rausgenommen, weil ich so schlechte, also so hohe Absprungrate hatte. Ich habe das dann halt bei Fathom, was ich dank dir auch entdeckt habe, gesehen, dass die Leute dann halt oft diesen Ladebildschirm, den man dann halt braucht, damit die 3D-Datei erstmal laden kann, nicht abwarten. Und dann habe ich mich doch entschieden, einfach eine relativ plane, eigentlich gar keine Animation mehr, groß drin zu haben, damit einfach der Page-Speed stimmt. Das ist halt immer dieses Abwägen. Ist es super wichtig, da jetzt eine 3D-Animation oben zu haben oder auch eine Lottie, die eine gewisse Zeit dauert zum Laden? Oder geht man dann doch lieber mal einen einfacheren Weg? Oder baut es so wie du, dass es einfach weiter unten kommt? Das finde ich echt eine coole Idee, oben einfach ein Bild einzubetten und dann unten erst eine Animation. Du hast halt auch keine Möglichkeit bisher, in Webflow direkt darauf zuzugreifen, wann dieses 3D-File geladen werden soll. Weil das kommt zum einen, kommt das gar nicht von Webflow-Server, das kommt dann wirklich von dem Spine-Server. Ich weiß nicht, ob das anders ist, wenn man sich da einen bezahlten Plan holt, dass man das irgendwie runterladen kann, das File oder so. Aber du kannst nichts in Webflow hochladen, was 3D angeht. Das ist wirklich ein Link und der beinhaltet das File irgendwo auf den Servern von Spline. Das heißt, du hast keine Kontrolle, wie schnell das da geladen wird. Du kannst dementsprechend auch nicht sagen, es soll beachten, in Webflow kann man ja sagen, wenn die Page, wenn Page finished loading oder so was. Also du kannst Animationen abspielen, wenn die Seiten erstmal alle Assets fertig geladen haben und dann kannst du alles anzeigen. Das geht nicht, weil dadurch kannst du auch im Viewport ganz oben im Prinzip nicht schön, was in 3D animieren, weil der denkt, alle Assets sind ja geladen, zeigt die Seite an und auf einmal ein bisschen später ploppt das 3D-Ding auf. Das ist so auch eine Hürde, die ich halt schnell gemerkt habe. Zudem muss man halt auch sagen, dass die, ja, ich weiß nicht, vom Use Case her bei mir, jetzt waren das einfach bessere Varianten. Man muss halt einfach ein bisschen absehen davon, was brauchen wir in dem Fall. Wir haben keinerlei Interaktion gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass du da meinetwegen ein Fahrrad hast. Du klickst einen Button, dann machst du einen anderen Lenker hin oder sowas. Dann sind halt 3D-Geschichten wieder cool, weil du die wirklich dann richtig realitätsnah zeigen, integrieren kannst, ändern kannst, Interaktion mit rein. Wäre alles sicherlich auch über Umwege vielleicht mal so Videos austauschen oder Leute-Files austauschen. Na klar, irgendwie möglich. Aber in dem Fall ging es halt bei mir zum Beispiel mit dem Video echt besser dann. Viel, viel weniger MB. Also auch dieses 3D-File war ja ein paar MB groß, plus dann dieser ganze Code von Spline, der geladen wird. Und das Video war bei mir in meinem Fall nicht so viel schlechter. Und ich hatte die Qualität von dem 3D-Designer exportiert mit richtiger Belichtung, alles Perfekto. Und deswegen habe ich das genommen. Und der Grund, warum ich jetzt auf dein Lottie-File am Ende gegangen bin, ist auch, das habe ich glaube ich vorhin gar nicht erwähnt, aber sozusagen, weil du auf dem iPhone und bestimmt, denke ich mal, auch bei Android-Devices, wenn du im Batteriesparmodus bist, dann wirst du im Safari nur einen Play-Button über dem Video-File sehen, weil er einfach die Leistung sparen will. Und das ist natürlich auch super unattraktiv. Auch der Kunde fand das überhaupt nicht sexy. Ich habe irgendwie danach gesucht, das irgendwie zu vermeiden und einen Hack-Umweg zu machen, aber da geht das System einfach von Apple dann hin und sagt, okay, im Safari kannst du so ein Video-File, und am Ende ist es halt ein Video, was du einbettest, kannst du im Auto-Play nicht abspielen, außer der User sagt dann wirklich im Batteriesparmodus, okay, drück Play, und dann würde sich auch die Animation drehen. Tatsächlich konnte ich das mit dem JavaScript-Code trotzdem animieren, also es hat funktioniert, aber die ganze Zeit war dieser Play-Button im Weg und es sah halt super unsexy aus, weil der Play-Button da die ganze Zeit irgendwie so rumgescrollt ist und man dachte, was macht der jetzt noch da? Und das war halt, ehrlicherweise konnte ich da auch nicht so gut schlafen wegen dem Problem, aber ich habe halt gedacht, okay, ich muss das Projekt jetzt mal irgendwann abschließen, weil ich dieses 3D-Ding so weit durchgehauen habe, die ganze Zeit dazugelernt, wie ich das in Spline am besten aufbaue und animiere, super Erfahrung gehabt, war super happy, eigentlich eine Lösung mit dem Video zu haben und das letztendlich Lottie-File zu integrieren ist gar nicht so weit ab davon, also ich habe wirklich dein File statt des Video-Ambits eingesetzt, die Animation konnte ich genauso lassen, weil ich ja nur den Rapper von dem Video eigentlich noch ein bisschen animiert habe und deine Lottie-Animation habe ich einfach von vorne bis hinten abgespielt und deswegen war das jetzt relativ wenig Aufwand, aber dafür hatte ich diesen komischen Play-Button nicht mehr auf Mobile Devices und das war jetzt in dem Fall der Vorteil, warum ich jetzt auch von Video weggegangen bin, aber ich finde trotzdem auch in Videos kann man vor allem jetzt mit transparenten Hintergründen oder so auch echt cool mal integrieren, aber ich glaube, gerade bei solchen Vektor-Sachen, wie du jetzt auch gerade uns ein paar gezeigt hast, Konfetti und so, das kriegst du nicht hin, das kriegst du auch in Videos nicht hin, dass die halt dann so klein sind und dafür ist das halt echt gut gemacht, aber man sieht ja auch oft bei Apple, wie die halt echt monstermäßig krasse Produkte eigentlich da während dem Scrollen irgendwie animieren und da, wenn ich da meinen Code schaue, es sind schon auch oft Videos drinnen, wo sie dann auch und Scroll mal animieren, aber die hatten auch schon so Sachen, wo sie halt dann quasi so Lottifiles haben und so, also die probieren sich da auch aus und ich glaube am Ende, das war heute glaube ich so ein richtiger Nerd-Talk, also da geht es natürlich tief dann darum, einfach Sachen zu optimieren und irgendwie alles rauszuholen und dann kann man beim nächsten Mal ja damit prahlen, was man hier, wie viel KB man gespart hat, aber Erfahrung, das einfach mal durchzuspielen, zu wissen, dass die und die Sachen möglich sind, Unterschiede kennen, darum geht es glaube ich meistens und da haben wir heute einfach ein paar Sachen uns angeschaut, fand ich cool, ging jetzt ja auch eine Stunde 20, aber es sind immer noch welche dabei, okay, also der Livestream war heute mal on peak bei 10 Leuten, also aus der Patreon-Community, das ist schon viel, aber kein einziger Kommentar, ich glaube wir haben die einfach so zu geballert, wahrscheinlich mit Infos, aber Frederik hat wenigstens nochmal geschrieben, dass er dabei ist, super und ja, finde ich trotzdem cool, ich glaube ich werde ein paar einzelne Sachen aus dem Talk heute noch ein paar, vielleicht als einzelnes Video machen, dass man es irgendwie mal nochmal speziell anschauen kann, aber sonst als Ganzes schaut man sich einmal so ein Ding an, weiß eine Menge dann über Lottifiles, wie wir überhaupt dahin kommen, wenn man ein Video zum Beispiel als Quelle hat oder so, dann kann man sich das einmal anschauen, eine Stunde und so sich weiter fortbilden, finde ich cool, dass du Lorenz uns da heute mal eingegeben hast. Gerne, hat mir Spaß gemacht und ja, schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Genau. Wo findet man dich im Netz? Hast du eine Website bestimmt? unter lorebeer.media oder auf LinkedIn Lorenz Töpfer, genau, da könnt ihr mich gerne finden und auch connecten, mit manchen bin ich ja eh schon hier aus der Community connected, genau, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Patrick schreibt noch, vielleicht noch kurz am Stream zeigen, danke für den Input, schon sehr speziell und habe bisher nicht damit gearbeitet, außer es war als Element schon im Template von Webflow. Klar, aber wenn es Lottifiles irgendwie mal, wenn man halt solche Geschichten hat, wo man halt die überlegt, okay, irgendwie ein spezielles Produkt animieren oder auch ein bisschen Spielerei mit reinbringen, dann lohnt sich das schon, das mal weiter zu verfolgen und einfach die Seiten mal durchzuscrollen. Ich habe super oft auch bei Lottifiles irgendwelche, wirklich, da gibt es so viele Sachen, aber wenn du da mal, da gibt es auch zum Teil richtig coole Formen, die irgendwie auch aussehen wie 3D, die sich ganzheit verändern, irgendwelche coolen Spielereien mal, die man immer findet, kann man schon gute Sachen integrieren, aber gerade wenn es um so spezielle Herausforderungen geht, wie jetzt bei mir, so ein Rasierer, so ein Produkt in echt vom Kunden, dann geht es schon dahin, das so zu optimieren, wie wir das jetzt heute auch gemacht haben und da muss man den Weg einfach gehen. Ja, bei der Vektor-Datei, wenn ich das noch kurz sagen kann, also bei den Vektor-Lottis ist halt super cool, was ich auch gezeigt habe, dass du, selbst wenn du aus dieser Library einfach dir eins runterlädst, wenn du keine Animationserfahrung hast, kannst du dir ja in diesem Editor komplett farblich auf deine CI anpassen, also oder deine Farben von deiner Brand oder von deinem Kunden, das ist ganz cool. Ja, das stimmt. Gut. Super, ich verlinke die Webseite, klickt Ihnen alles nochmal in der Beschreibung und dann, die Leute können gerne mit Fragen nochmal zu kommen und dann sage ich schon mal, ja, danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.